Ne, jetzt ernsthaft? Was machst du hier? 4.40 4.40? Was? Es gibt noch ne Uhrzeit? Es gibt noch ne Uhrzeit! Ein... äh, nach mir. Kleinen Moment. Der kleine Zeiger ist ja hier. 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. Äh, what? Nie, Boxer! Ja... 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 Der Mii-Boxer kämpft nun mit, da bin ich mal gespannt, was der Mii-Boxer so drauf hat. Aber es ist geil, dass man dadurch dann auch wieder was freischaltet, wie cool. Ich muss unbedingt mehr Mii-Boxer bauen. Ohne Scheiß. Ich muss so eine Art Rex zum Beispiel bauen, der dann das Rex-Outfit trägt, das wäre geil. Ah, ich habe noch den Fighters Pass, deswegen lohnt es sich eben noch nicht. Ah, lass uns mal sammeln. Gibt es sonst noch eine Uhrzeit? Der sagte uns diese Uhrzeit, stimmt. Schon cool gemacht. Muss ich sagen. Mir gefällt dieses Level. Wird aber ein kurzer Auftritt, weil wir Bose Junior ja kaputt schlagen wollen. Alter, wie viel, wie viel hat der denn bitte? Den können wir auch mal favorisieren. Ah, da war's. Dann zeig mal was du drauf hast Bose Junior. Alter, wie viele Kämpfer man hier schon allein freischalten kann. Alter. Guck mal her. Warum hast du solche Viecher? Oh Gott. Op geht's geht's. Tjaит. Oh Gott. Der Boxster ist auf jeden Fall mega cool und Bowser Jr. kämpft nur mit. Ich denke mal Bowser Jr. mache ich nur einen Kampf, weil das hier gefällt mir überhaupt nicht. Oh dieser Sound, I love it, der ist ja noch älter als jetzt, also der ist so richtig retro der Sound, weil der ist nicht so wirklich moderner gemacht. Ich glaube in Breath of the Wild gab es diesen Sound überhaupt? Stimmt, das hat in Breath of the Wild ein bisschen gefehlt. Man hat nämlich nicht so viele Rätsel, wo es dann macht. Aber ich will auch mal Bowser Jr. ausprobieren, dann haben wir ihn nicht umsonst freigeschaltet. Man darf sich einen Kooperling aussuchen. Finde ich mega, dass man alle Kooperlinge haben kann. in einem. Feuerboden, hm? Schaffen wir dieses Stage überhaupt doch heute? Ich habe mich gerade erschreckt, da geht es runter oder so. Also man kann nur eins spawnen lassen, ok? Ich glaube die Rettung ist, dass man aus diesem Ding raushüpft, ne? Ja. Aber komm, landet man, ist man wieder in einem drin. Ich werde noch mehr mit dem Mi Boxer spielen. Obwohl er eigentlich nett ist, aber es ist jetzt nicht so mein Charakter. Nein, Mi Boxer! Nicht! Mi Boxer! Veneta! Da! Im Wald ein Schatz! Und darin ruht der Weg zum Klingenfürst mit dem Geheiligten. Was? Im Wald ein Schatz! Und darin ruht der Weg zum Klingenfürst! Und darin ruht der Weg zum Klingenfürst! Und die Rettung für den Klingenfürst! Und die Rettung für den Klingenfürst! Ja egal! Ich kämpfen wir erstmal. Aber den finalen Kampf gegen Ghanondorf mache ich mit dem Schwer, äh mit dem Link. Bereit? Los! Boah, Alter, was? Wie Dauerhallo? Bist du mich verarschen? Was mache ich da? Niederlage? Totsetzen! Bereit? Los! Moment. Ups! Ein F zu viel! So! Super! So! So! Komm herr! Ey, das ist unfreer! Was war das denn? Das war wohl ein Schuss in den Ofen, mein Kleiner, ne? Was war das denn? Was war der? Hat er nicht. Das war die Schlüssel. Das war die Schlüssel. Komm, die können wir auch einen anderen mal machen. Hauptsache, die Stage haben wir heute geschafft. Der dunkle Kaiser. Wow, Street First Me-Lobby-Reihe. Der ist ziemlich stark. Nein, noch klatschen wir doch nicht. Jetzt bin ich tot. Oder? Nein, er hat mich noch. Scheiße, ich hatte noch die Chance für einen. Ich hasse dich, du scheiße. Relay. Warum hat der keinen Rückstoß? Der hat wirklich keinen Rückstoß. Oh Gott. Alter, kann er mal aufhören, mich zu empfischen? Oh Gott. Das war knapp. Alter. Dark World. Wow, cool. 42. Da hat man jetzt so heftigen Kampf und jetzt kommt wieder sowas. Von dem machen wir noch mit unserem Mie-Kämpfer. Dann wird wieder Link ausgepackt. Dram-Kick. Gewonnen. 42. Fein. So. Jetzt können wir wieder Link nehmen. Aye, ich dring. Once ins. Mit dem? Was ist das? Das ist die aus Pandora Tower. Das Spiel muss ich unbedingt mal weiterspielen. Ich frage mich sowieso, warum der Held aus Pandora Tower noch nicht im Spiel ist. Oder der Held aus dem anderen Spiel. Wie heißt das? Lost Story oder Last Story. Irgendwas sowas war das. Oh, Fatih. Kampfer auf Sturmlandung, lass dich nicht fortwählen, der Gegner startet mit einer Herzkeule, na super. Da ist auch noch ein Würbelsturm, boah, ich komm so richtig in Nostalgie-Stimmung gerade irgendwie. Na toll, ich werde irgendwann noch ein altes Zelda-Spiel spielen, obwohl ich keine Zeit für irgendwelche Spieler habe. Oh, ist das schön. Und da ist er, Ganondorf. Ich hatte ja gehofft, der kommt als epischer Boss. Als, ihr wisst schon. Hey, der Kampf mit dir als Beißen war schlimmer. Wir haben uns schon viele Duelle geliefert, und jetzt gehörst du zu uns. Oh, Tatsa. Ganondorf, kämpf du mit! Dann... Gehört jetzt... Das Triforce ist vollständig... Warte mal, kommt da jetzt ein fetter... Boss in die Mitte, oder? Die Illusion wurde gelüftet. Das Dämonenkönigsschloss erscheint. Alter, wenn da jetzt noch... Wow, wenn das jetzt noch so eine Art Dungeon ist, der driecht durch. empieza nicht mehr... schon mal auf, ein paar프ter Wiederlamäte,头er trachtгор時. Tschüss! holderbe.